Ah, das fand ich wirklich strange. Spielen wir jetzt gegen die? Schade. Leoric oder Gasselov? Keine Ahnung, ich würde gerne G'sul nehmen auf der Karte, aber ich weiß schon, dass ich Heal nehmen muss als letzter. Ich hätte mir so gewünscht jetzt gegen den Zegara-Spieler der letzten Runde zu spielen, aber nein. Äh, FKL! Ein Bann-Lieming, oder? Ne, das bannen die ja dann. Ne, die bannen Kiltas oder so, wirst du sehen. Ja, aber wenn ich jetzt Liming banne, bannen die Kiltas. Ja, dann bannen wenigstens Morales. Ah, ich hab keinen Bock nochmal auf Grau mehr. Jetzt wird der Kiltas gebannt. Vermutlich. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Dann wollen sie die Menge haben. Uhuhuhu. Hatten wir den nicht gerade im Team, den Exan-Typen? Keinen Plan, ich hoffe nicht. Ich will keinen von dem Team wiedersehen. Tun bekommen. Tun bekommen. Und klickt mal die Daumen, dass ich noch ein paar Tanks nehme. Nein! Ja, ja. Oh! Ja, ja. Statt bemühen, weißt du? Ja, ja. Und jetzt Winnie Thieler. Ist das nicht die Zagara vom letzten Spiel? Der Typ? Ne, ne? Oder? Ne. Leider nicht. Ich könnte einen Kara-Zim machen, aber da müsstest du einen Tank machen. Ich muss jetzt erstmal Li Ming bannen. Nein, nein. Ich heale. Passt schon. Amorales kriege ich, glaube ich, gar nicht. Das Licht lässt niemanden im Stich. Oder? Dann droppe ich ein paar Mirals. Das Licht lässt sich nicht in den letzten Spiel. Das ist ja noch ein paar Mal. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Es geht nicht. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oha! 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 Das greediness war real, aber es hat ja ziemlich gut geklappt! Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Dann komm ich halb auf. Dann habt ihr ja schon halb leer gesockt. Ja. 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 Ja, das war's. Nice, ja der Illidan ist gut, schönes Ding, Sylvanus ist auch nicht so schlecht muss Ja, müsste laufen, mit dem Team Siehst du was ich meine, wir haben schon wieder Camp vergessen, Hardcamp Weil ich jetzt auch noch Healer spiele, kann ich mich darauf nicht konzentrieren Ihr macht den Boss? Nee, ich sterbe Leute, ich wollte eigentlich den Illidan stimmen, macht nix Gute Arbeit Ich rufe mich zu, was ich erzähle Ich rufe mich an, was ich mache Kann ich mir das schön aus Ich rufe mich an 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 Das war's für heute. Vorsicht. Oh. Alter ist das nur Überfahrung wir haben noch alle Gebäude. Alter ist das nur Überfahrung. Alter ist das nur Überfahrung. Alter ist das nur Überfahrung. Ey hast du gesehen wie low die waren die mir am Arsch klebten hier. Kerrigan und Thrall. Die hatten nichts mehr. Einen Schlag von den Lidern. Na das war echt Fail von dem. Das war's. Ich bin so scared, Dess. Junge, wofür stimme ich dich denn? Alter, ich hab eben noch gesagt, der ist nicht schlecht, aber, joa, jetzt ist dem abgelaufen, kann man wieder rein. Nee, das ist einfach Müll, was er macht. Ah, wir haben sowieso gewonnen, wahrscheinlich, ja. Vielleicht hat er auch rumgekaspert am Ende, aber, das war echt nicht so geil, was er zuletzt gerissen hat. Das war ne schöne Runde, also ne schnelle Runde. Boah, es gab sogar saftig Punkte, hätte ich nicht gedacht. Wie viel denn? 234. Hast du mehr bekommen als ich? Ja. Letzte, 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 217. Na gut, der ist ja auch minimal, ne? Trotzdem ungerecht. Ja.